Wer bist du, wenn du niemand sein musst? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Herzlich willkommen zu meinem heutigen Beitrag. Es freut mich, dass du mir deine Zeit heute wieder schenkst. Es ist eine wirklich gute Frage, die sich jeder mal stellen sollte. Der Mensch hat unzählige Rollen in seinem Alltag zu meistern. Jeden Tag, entweder als Partner, Kollege, als Chef, Vater oder Mutter, Tochter oder Sohn, als Mitglied in unterschiedlichen Gruppen wie eines Vereines, als Familienmitglied oder in Freundschaften. Wir springen gekonnt von einer zur anderen Rolle. Manche Rollen verändern sich und manche sind sehr ausgeprägt, wo über Jahre hinweg wenig Veränderung geschieht. Die Rollenerwartungen können schnell mal zu Enttäuschungen oder Unstimmigkeiten führen. Manchmal dürfen wir auch eine Fassade aufrechterhalten, um der Rolle gerecht zu werden. Hinter einer Maske unser Gesicht verbergen. Doch frage dich mal, wer bist du wirklich ohne deine Rollen und ohne deine aufgesetzten Masken? Eine beängstigende Frage und man stößt auf Abneigung, weil es Unbehagen in einem auslöst. Diese Feststellung bedeutet nämlich Mut. Fernab von Erwartungen, die zu erfüllen sind. Eine Hinbewegung zu seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Stelle dich mal selbst in die Beobachterrolle und betrachte dein Leben. Grundsätzlich wollen wir alle geachtet, wertgeschätzt und gesehen, gehört und ernst genommen werden. Oft identifizieren wir uns zu stark mit unserer Rolle. Zum Beispiel, wenn wir in die Rolle eines Arbeitslosen geraten, kann es sein, dass wir uns wertlos und als Versager fühlen. Hingegen sind wir in unserem Beruf erfolgreich, fühlen wir uns wertvoll und angesehen. Fühlen wir uns ohne unsere Rolle nicht wertvoll genug? Dann dürfen wir an unserem Selbstbild arbeiten. Denn wir alle sind gleich wertvoll und das ist völlig unabhängig von unserem Beruf, Kontostand und Familiensituation. Wer bist du, wenn du niemand sein musst? Wir sind immer derselbe Mensch, mit derselben Seele, der durch die vielen Rollen dazulernt, jedoch keiner dieser Rollen wirklich ist. Wenn wir eine Veränderung unserer Rolle anstreben und diese nicht gleich gelingt und noch dazu gut gemeinte Ratschläge auf dich eindrommeln, dann nagt das auch an unserem Selbstbild. Wir flüchten zurück in unsere vorige Rolle, in der wir anerkannt waren, nur um vermeintlich wieder wertvoller zu sein. Das kann aber auch ein Trugschluss sein. Nehmen wir ein Beispiel. Dieser Job passt nicht mehr zu mir, was mich in meinem tiefsten Inneren ausmacht. Dazu stelle dir diese Fragen. Was ist mir in meinem Leben von Herzen wichtig? Wer möchte ich in Zukunft sein? Was ist ein geeignetes Umfeld für meine Veränderung? Welche neuen Möglichkeiten könnten sich dadurch für mich auftun? Wer könnte mich bei der Findung neuer Wege unterstützen oder begleiten? Was könnte heute mein nächster Schritt sein? Mit deinen ehrlichen Antworten kommst du hin zu dir selbst und zu deiner ureigenen Kraft. Natürlich können sich anfangs mulmige Gefühle einschleichen oder es fühlt sich holprig an. Doch du gewinnst an innerer Sicherheit, Selbstliebe und Selbstwert und damit wirst du mit jedem Tag unabhängiger von allen äußeren Umständen und Rollen. Und damit wirst du immer mehr du selbst. Und wenn du einmal einen Tag dabei hast, wo du dich fragst, wer bin ich heute und die Antwort ist, ich bin heute einfach mal niemand und nichts. Dann ist es einfach so. Sei dankbar, dass du einfach mal niemand bist und nur du sein kannst. Sei dankbar, dass du zum Beispiel diese oder jene Aufgabe erfüllen darfst. Sei dankbar, dass du dich mit allem wohlfühlst. Sei dankbar, dass du eine Unterstützung und Hilfe für andere Menschen sein kannst. Und sei dankbar, dass du dir immer näher kommst, wenn du über deine Bedürfnisse lernst. Entdecke dich selbst, entdecke dich neu und versuche auch mal, dein Gegenüber hinter der Rolle zu erkennen. Du wirst womöglich völlig überrascht sein, dass dein Gegenüber vielleicht nicht der ist, den du angenommen hast. Das sind sicher spannende Erkenntnisse. Somit wünsche ich dir eine erkenntnisreiche Entdeckungsreise in das Reich der Rollen. Alles, alles Liebe. Wenn der Beitrag dir gefallen hat, dann bitte drücke den Daumen nach oben. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann drücke den Abo-Button und aktiviere das Glückchen. Vielen lieben Dank.